Hi ihr Lieben, ich bin's, die Shani. Bei Instagram kennt man mich auch als Shani Tattoo. Herzlich Willkommen bei meinem OnlyFans Channel. Bei mir findet ihr exklusiven Content von Fotoshootings oder auch Videos, die ich auf keinen anderen Plattformen veröffentliche. Wie ihr seht, bin ich ein Riesenfan von Tattoos und ich kann euch sagen, ich bin noch lange nicht fertig und es werden mit Sicherheit noch viel, viel mehr. Also man kann schon sagen, Tattoos gehören zu mir und meinem Leben definitiv dazu. Es ist ein Riesenhobby von mir. Also wenn ihr mehr von mir als Person und von meiner verrückten Art sehen möchtet, dann schaut doch einfach mal auf meinem OnlyFans Channel vorbei. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dann! Also wenn Sie mal sehen, können wir vielleicht noch einmal erfahren, wir sehen uns im neuen Video zu einem Boom. Und wie sagen wir es natürlich? мол! So! 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 Bis zum nächsten Mal.